Hallo und Herzlich Willkommen von Rocket League Shop Video. Wir gucken mal rein, was heute neues gibt. Wo geht es? Und, was haben wir heute gesucht? Also, wir haben vor Geil von Rocket League Köln, haben wir Giga Lackierung. So, Gank haben wir noch. Bei 2 Tagen gibt es Giga Lackierung. Dann haben wir hier noch Giga Lackierung für 500 Rocket League Köln. Dann haben wir hier noch vor 600 Rocket League Köln. Giga Autoreifen, die animiert sind. Dann haben wir hier vor 900 Rocket League Köln. Giga Lackierung. Dann haben wir hier gleich noch geflogen. Keine Ahnung, deswegen stehen wir mit Glider Nitsland. Dann haben wir noch claims F is Giger Lackierung und Rocket League Köln. Dann haben wir noch vier Outreifen. Giger Lackierung vor ArcMaders. Dan haben wir noch gezogen. Also noch harmlos. der Sammabayi-Banker der Sammabayi und das war's wir können auch den Weg zur Video